Wir ernten heute am 12. Juni 2022 unsere ersten Ficus Carica Janor. Das Osteodom ist offen, es geht schon noch nicht ganz leicht herunter, aber wir wollen einmal wissen, wie die ausschaut. Drehen wir die ab und werden einmal schauen, wie die schmeckt. Jetzt schauen wir mal rein. So abschneiden. Ein, zwei Tage könntest du noch vertragen, aber die ist dann auch schon ordentlich. Ficus Carica Janor am 12. Juni 2022